Hallo Leute und herzlich willkommen zu Teil 3 unserer Video-Playlist bezüglich Indikatoren. Wir werden uns heute mit dem MACD, also dem Moving Average Convergence, Divergence Indikator befassen. Und so wie in allen anderen Videos werden wir zuerst durchgehen. Das bedeutet Step by Step wirklich alles runterbrechen, damit keine Fragen mehr offen bleiben. Das bedeutet, wir werden uns anschauen, wie kommt der überhaupt zustande. Das heißt, all das was wir sehen, was bedeuten die ganzen Linien oder das Histogramm, wie kommt das überhaupt zustande. Dann werde ich natürlich die Anwendungsbeispiele erklären, was der Indikator alles kann und wie man ihn dann verwendet. Die ganze Playlist ist so aufgebaut, meine lieben Leute, dass wir wirklich Indikator für Indikator Step by Step durchgehen. Wie gesagt, ich erkläre alles bezüglich eines jeweiligen Indikators und es soll einfach dahingehend euch weiterhelfen, erstens einmal die ganzen Indikatoren zu verstehen natürlich und es soll euch aber auch aufzeigen, wie sie dann wirklich verwendet werden können, damit wirklich jeder die Chance hat, ein Indikator-Paket zusammenstellen zu können, damit man sein eigenes Trading wirklich aufs nächste Level bringt. Denn jeder Indikator kann etwas anderes und wenn man mehrere zusammenfügt, die für einen selbst verwenden, je nachdem natürlich welchen Time Frame man tradet, welche Assets man tradet, welchen Trading Style man selbst bevorzugt, kann man sich eben mit Indikatoren natürlich extrem helfen, einfach sein Trading nochmal zu boosten. Und deswegen gibt es diese Playlist. Wie gesagt, wir springen heute rein und machen den MACD und ja, man darf schon sagen, viel Spaß beim heutigen Video. Let's go! So, und wir starten gleich durch. Wie gesagt, Step by Step, wir schauen einmal, welche Komponenten hat dieser Indikator, bevor wir dann eben weitergehen, was er genau tut und wie man ihn fürs Trading anwenden kann. Wie gesagt, Leute, es kommen zwei bis drei Videos pro Woche auf diesem YouTube-Kanal. Wir werden jetzt einmal die Indikatoren-Playlist ausbauen. Wem das zu wenig Content ist oder wer gerne Marktanalysen, Trading Ideen, Trading Strategien oder andere Dinge gerne haben würde, scrollt runter in die Videobeschreibung. Dort findet ihr den Link zu unserer kostenlosen Krypto-Telegram-Gruppe. Joint dort einfach rein und genießt Montag bis Sonntag Full-Content. Und ja, wie gesagt, da findet ihr viel, viel mehr. Ansonsten zwei bis drei Videos die Woche. Und ich würde sagen, gehen wir mal gleich hinein in den MACD. Ich denke, die meisten haben den MACD schon mal gesehen, vielleicht sogar verwendet. Und wir brechen das jetzt gleich einmal runter. Der MACD besteht aus vier verschiedenen Komponenten, wenn man das ganz, ganz einfach erklärt. Und wir haben natürlich einmal unsere Mittlinie, die den Indikator hier grafisch in zwei Ebenen, also über und unter der Mittlinie trennt. Das ist einmal das Erste und Einfachste. Wir haben dann unser, oder die sogenannten Histogramm oder Histogramme. Das sind einfach diese optischen Darstellungen hier, egal ob die jetzt positiv oder eben auch negativ sind. Das heißt, all diese Balkendarstellungen sind die sogenannten Histogramme. Dann haben wir zwei verschiedene Linien. Und zwar haben wir zum ersten Mal die blaue Linie hier. Das ist die MACD-Linie. Die besteht aus zwei verschiedenen Komponenten. Und zwar standardgemäß, das kann man natürlich auch in den Settings ändern, aber standardgemäß wird eben der 26-Tages-EMA vom 12-Tages-EMA subtrahiert. Und so wird dann, oder das ist der Code, so wird die MACD-Linie dann geplottet. Dann haben wir eine zweite Linie und das ist die sogenannte Signallinie. Das ist die orangene Linie hier. Und die ist der 9-Tages-EMA einfach. Und da sind auch schon runtergebrochen unsere vier Komponenten vom MACD-Indikator. Wir haben jetzt auch schon den Indikator in unseren Chart gelegt. Ihr kennt das auch schon vielleicht vom letzten Video. Werde ich auch dann markieren. Der MACD ist unterhalb von unserem Preischart. Und wir wollen natürlich jetzt alle wissen, wie können wir den MACD für unser Trading verwenden, beziehungsweise was zeigt der MACD an. Bevor wir aber Step by Step jetzt weitergehen, wie wir den MACD verwenden und was er uns anzeigt, gibt es jetzt eine ganz, ganz kurze Werbung. So Leute, darf ich auch schon verkünden, dass wir einen neuen Deal haben. Wir haben eine Partnerschaft mit Bitflex und wir haben euch auch Bonis gesichert. Das heißt, Account erstellen und etwas Trading Volumen generieren. Ihr bekommt bis zu 125 USDT gleich einmal direkt auf die Hand. Link findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Des Weiteren könnt ihr mit ganz, ganz einfachen Steps auch Flex Points sammeln. Bedeutet, Deposit machen, KYC machen. KYC ist nicht verpflichtend normalerweise. Und ein paar kleine andere Schritte. Und ihr sammelt Flex Points. Bedeutet, mit diesen Flex Points könnt ihr euch im Flex Shop dann auch Geschenke von der Börse aussuchen. Und in Zukunft werden noch viele weitere Bonis exklusiv für unsere Community kommen. Also schaut da wirklich beim Link vorbei. Und vielen Dank für Ihren Support. Jetzt geht es weiter ins Video. Wir legen jetzt gleich direkt los und fangen an, wie man den MACD am besten verwendet. Und zwar, der MACD ist eigentlich ein Indikator, der Trends erkennen soll. Beziehungsweise kann man mit dem MACD nicht nur Trends erkennen. Wir können Trendwenden erkennen. Wir können die Stärke eines Trends erkennen. Und man kann auch eben Reversals erkennen. Ganz, ganz wichtig. Ich sage das nochmal explizit dazu, Leute. Es gibt keinen Indikator der Welt, der 100%ige Trefferquote hat. Man sollte sich niemals blind nur auf einen Indikator verlassen. Kein Indikator kann die Zukunft voraussagen. Und deswegen ist es ganz wichtig, erstens einmal die Indikatoren zu verstehen. Und sich dann Gemeinsamkeiten zu schaffen mit anderen Indikatoren, mit technischer Analyse. Das bedeutet mit Support und Resistance Zonen, mit Chart Pattern und so weiter und so fort. Das heißt, Indikatoren selbst geben uns immer wieder nur vielleicht mehrere Bestätigungen, um einen Trade zu eröffnen. Mit den Dingen, die sie uns anzeigen können. Das ist ganz, ganz wichtig bitte zu verstehen. Das heißt, nicht blind auf einen einzigen Indikator verlassen. Man kann sich aber immer wieder eben Komponenten von Indikatoren rausnehmen und diese dann verwenden, um sein Trading zu boosten. So, wir fangen gleich an. Trenderkennung. Und zwar folgendes. Das erste oder beste Beispiel, was ich hier gleich sehe. Wir befinden uns, by the way, am Bitcoin-US-Dollar-Ein-Stunden-Chart. Und zwar die Trenderkennung ist wie folgt. Ihr seht es hier. Die Signal- und die MACD-Linie sind unter der Mittlinie. Das heißt, das würde eher sagen, dass wir da gerade in einem Downtrend sind. Und jetzt steigen beide Linien über die Mittlinie und steigen hier ziemlich stark in die Höhe. Wir sehen jetzt auch eben, dass das Histogramm hier ausschlägt und ziemlich groß ausschlägt, sage ich jetzt einmal. Und das Histogramm stellt sich folgendermaßen zusammen. Umso weiter der Abstand oder umso größer der Abstand zwischen der MACD-Linie und der Signallinie ist, also einfach die Fläche hier dazwischen, umso größer diese Fläche hier dazwischen ist, umso größer schlägt das Histogramm aus. Und deswegen können wir jetzt hier sagen, umso stärker ein Trend ist, umso größer wird auch unser Histogramm. Wir sehen es dann auch hier sehr, sehr schön. Bitcoin hat hier wirklich angefangen nach oben zu pumpen und hat auch ziemlich aggressiv dann diesen Trend fortgesetzt. Das heißt, wir sehen hier eine ziemlich starke Aufwärtsbewegung und dementsprechend stark schlägt auch hier das Histogramm aus. Und deswegen kann man eben nicht nur ein Momentum oder einen Trend erkennen, sondern auch die Stärke eines Trends. Wenn wir jetzt gleich hergehen und uns dieses Histogramm hier anschauen, dann ist das viel, viel kleiner als das vorherige. Warum? Weil der Abstand der zwei Linien, also der MACD-Linie und der Signallinie einfach ziemlich eng beieinander sind. Ganz, ganz anders wie natürlich hier, wo wir einen viel breiteren Abstand haben. Und wir sehen es aber auch dann hier, dass wir zwei in einem Uptrend sind. Das heißt, das zeigt uns ja der MACD an jetzt in dem Fall. Aber, dass der deutlich geringer war als dieser Uptrend hier. Das heißt, das Momentum in diesen zwei Uptrends ist einfach komplett verschieden. Das viel schwächer natürlich als das hier. Und das zeigen uns diese Histogramme einfach an. Und so werden sie geplottet im Code. Oder so sind sie programmiert und so funktionieren die Histogramme. Das heißt, wir haben jetzt schon gesagt, Trenderkennung und die Stärke eines Trends oder das Momentum von einem Trend. Das ist einmal das Erste. Genau so funktioniert es natürlich dann eben auch umgekehrt. Also bearish. Das heißt, wir sehen hier Histogramm stärker ausgeschlagen. Wir hatten dann ganz kurz hier einen aggressiven Trend, sage ich jetzt einmal. Und zwar hier in dem Fall wieder. Das Histogramm ist sehr, sehr klein. Ihr seht, der Preis geht auch eigentlich fast nur seitwärts. Vielleicht ganz leicht hier ein bisschen bergab. Aber nicht so hart wie hier. Also hart, aber nicht so stark wie hier. Und ja, das funktioniert eben in beiden Seiten genau gleich. Kommen wir zum nächsten Punkt. Und zwar, wie können wir Trendwenden erkennen mit dem MACD? Und zwar, das sehen wir es ja auch schon hier. Die Signallinie und die MACD-Linie kreuzen sich hier einfach immer wieder. Das heißt, wir haben hier, wer das erste Video der Playlist gesehen hat, ich werde es jetzt auch hier oben verlinken. Und zwar, das erste Video waren Moving Averages. Schaut euch das auch bitte an. Ganz, ganz wichtig. Denn Moving Averages sind ein sehr, sehr großer Bestandteil von Indikatoren. Und deswegen auch hier, wir haben hier immer wieder Bullish und Bearish Crosses. Das heißt, Golden und Death Crosses, wenn man es genau nimmt. Und mit diesen Crosses kann man dann eben auch hier Trendwenden erkennen. Wir gehen gleich hier in das erste Beispiel. Und zwar, wir hatten hier einen Uptrend. Momentum ist etwas davon gelaufen natürlich. Wir hatten dann hier eben dieses Bearish Death Cross, wie man so schön sagt. Ich werde auch gleich dann hier die Linie ziehen. Das ist dann natürlich auch immer der Moment, wo wir von einem Bullischen Histogramm in ein Bearish Histogramm wechseln. Das heißt, der Wechsel zwischen Bullischen und Bearish Histogramm sind immer Crosses der Signal- und der MACD-Linie. Und das war eben der Moment, wo uns der MACD gesagt hat, wir könnten jetzt eben hier eine Trendwende sehen. Und ihr seht es ja auch, ist auch so passiert. Das heißt, Momentum ist verloren gegangen. Wir sind in einen Downtrend gegangen. Dann haben wir gleich hier das nächste Bullische Cross, wo uns der MACD einfach jetzt wieder sagt, okay, wir könnten hier eine Trendwende erleben in einem Uptrend. Und war ja auch dann so ganz genau. Das heißt, wir sind hier in einen Uptrend gegangen. Und deswegen, jetzt kommt auch gleich ein super tolles Beispiel, warum man nicht blind auf einen Indikator vertrauen sollte. Wir hatten hier ein Bearish's Cross, einen Downtrend oder die Erkennung, dass wir in einen Downtrend gehen. Ist aber jetzt nicht so hart gewesen. Ich meine, ist schon ein Downtrend gekommen, ein kleinerer. Aber wie gesagt, war jetzt nicht so. Das heißt, wenn man hier wirklich dann geshortet hätte, wäre das jetzt nicht so ein grandioser Trade geworden. Das heißt, wie gesagt, auch hier die Beispiele. Bitte nicht blind vertrauen solchen Signalen. Ich will euch jetzt einfach nur zeigen, wie die ganzen Dinge zustande kommen. Hier wieder selbes Beispiel. Wir haben hier das Bullische Cross. Und er zeigt uns einfach an, dass dieser Downtrend jetzt in einen Uptrend gehen könnte. So kann man Trendwenden erkennen. Um das Thema mit den Crosses nochmal abzuschließen, muss man oder kann man jetzt in der reinen Theorie natürlich Folgendes sagen. Und zwar, wir werden versuchen, bei Bullischen Crosses, die unterhalb der Mittellinie sind, vielleicht nehmen wir das Beispiel, Wir werden versuchen, bei Bullischen Crosses unter der Mittellinie versuchen, Longs zu eröffnen. Habe ich eh jetzt schon oft gesagt, nicht blind bitte, aber das wäre der Optimalfall. Und wir versuchen natürlich, bei Bearischen Crosses über der Mittellinie Short-Positionen zu eröffnen. Das heißt, diese Crosses hier, Bullisches Cross über der Mittellinie, würde ich fast auslassen und umgekehrt. Aber wie gesagt, das wäre eben der Optimalfall. Bullischer Cross unterhalb der Mittellinie, Bearischer Cross überhalb der Mittellinie. Und jetzt gehen wir auch schon zum nächsten Thema. Und das sind sogenannte Divergences oder zu deutsch Divergenzen. Ich werde das Thema heute kurz halten, damit das Video auch nicht so lange wird. Wer mehr über Divergences sehen will, Ich werde euch hier oben jetzt wieder das letzte Video, und zwar zum RSI verlinken. Dort habe ich ganz genau erklärt, was Divergenzen oder Divergences sind. Und ich werde euch jetzt hier im MACD noch zwei Beispiele eben geben. Zu den Divergenzen, ganz kurz gesagt, Divergenzen sind folgendes. Preis geht nach oben. Im Indikator haben wir genau das Gegenteil. Geht zum Beispiel nach unten und umgekehrt. Preis geht nach unten, Indikator geht nach oben. Das ist eine sogenannte Divergenz. Gibt es Bullische, Bearische, es gibt Hidden Divergences und viel, viel mehr. Wie gesagt, alles im letzten Video. Bitte einfach anschauen. So, wir kommen gleich zu einer Bearischen Divergence. Und zwar folgendes. Wir haben hier ein höheres Hoch am Preischart gesehen. Und wir haben aber ein tieferes Hoch hier am MACD gesehen. Divergences bitte am Histogramm einzeichnen und abmessen. Das war eben hier eine Bearische Divergence. Und das sind dann eben genau auch wieder Gemeinsamkeiten, die man für sein Trading verwenden kann. Denn wir haben hier Punkt Nummer A, eine Bearische Divergence. Punkt Nummer B haben wir dann auch hier das Bearische Cross, überhalb der Mittlinie. Und das könnte man eben als zweite Bestätigung sehen, dass wir hier dann vielleicht in einen Downtrend gehen. Und ihr seht es, wir sind dann hier eben rejected worden, bevor eben der Abtrend fortgesetzt wurde. Das heißt, das wäre einmal ein Beispiel für eine Bearische Divergence. Und jetzt kommen wir zu einer Bullischen Divergence. Und zwar hier anders gemessen, aber, oder die Bullische Variante. Wir haben hier ein tieferes Tief gesehen an dieser Stelle. Und der MACD hat hier ein höheres Tief angezeigt. Und eben hier dann die Bullische Divergence. Und hat sich auch hier eigentlich ziemlich gut ausgespielt. Preis ist dann etwas nach oben gegangen, auch wenn das eher mehr Seitwärtsphase hier ist. Aber war hier die Erkennung für den Boden oder für den lokalen Boden. Wir haben hier eben dann wieder, wenn man jetzt über Bestätigungen oder mehrfachen Ebenen an Bestätigungen spricht. Wir haben hier diese Bullische Divergence. Wir haben dann hier kurz danach das Bullische Cross unterhalb der Mittlinie. Und so hätte man den Trend hier nach oben mitnehmen können, bis man hier oben irgendwo wieder dieses Bearische Cross gehabt hat. Also das kann man sehr, sehr gut fürs Trading verwenden. Warum es jetzt wichtig ist, mehrere Indikatoren gemeinsam zu verstehen, zu verwenden, werde ich euch jetzt auch noch ein anderes Beispiel geben. Das euer Trading oder wie man Indikatoren einfach gemeinsam verwendet. Und zwar aktivieren wir hierzu Moving Arrages. Und zwar, glaube ich, jedem bekannt. Wie gesagt, gibt es auch ein Video dazu. Aber folgendermaßen kann man, wir haben jetzt auch am 4 Stunden Timeframe geswitcht. Aber so kann man eben die Moving Arrages und den MACD gemeinsam verwenden. Warum haben wir jetzt die Moving Arrages aktiviert? Und zwar folgendes, Leute. Wir sehen ja hier, dass Bitcoin über den 100er und 200er Moving Arrages drüber gekommen ist. Das ist der 100er EMA, das ist der 200er EMA. Und diese EMAs zeigen uns ja eher längerfristige Trends an. Bedeutet, wenn der Preis über den Moving Arrages ist, sind wir in einem Uptrend. Und ich sage immer, oder man sagt eigentlich so, The trend is your friend until the end. Bedeutet, wenn Bitcoin jetzt hier über den Moving Averages ist, und wir sehen jetzt dann hier den Pumping Off, macht es nicht viel Sinn, in einem Uptrend unbedingt jetzt zu shorten. Das heißt, wenn wir in einem Uptrend sind, werde ich versuchen, Einstiege für Long Positionen zu finden. Und das wäre hier dann vielleicht das erste Beispiel gewesen. Bitcoin ist über die Moving Averages drüber gekommen, konnte die hier bestätigen. Und wir hatten dann hier das Bullische Cross. MACD war dann positiv gestimmt. Das wäre dann vielleicht hier ein Beispiel bei dem Cross, dass man hier dann vielleicht in Long Positionen eben hineingeht. Wir sehen auch, weiterer Faktor natürlich, deswegen technische Analyse oder das Verständnis der technischen Analyse auch sehr, sehr wichtig. Bitcoin hat hier auch diese horizontale Resistance durchbrochen. Das heißt, wir haben eine horizontale Resistance gebrochen, wir hatten einen Bullischen Cross am MACD, wir sind über dem 100 und 200 am Moving Average. Das sind alles Bestätigungen, die alle Bullisch sind. Und wie gesagt, so kann man das dann eben spielen. Und solange Bitcoin dann hier in einem Uptrend ist und sogar den 200er hier an dieser Stelle immer wieder respektiert, werde ich hier nicht wirklich shorten, sage ich jetzt einmal. Das heißt, wenn Bitcoin hier diesen Uptrend verliert, in einen Downtrend wechselt, dann kann man sich darüber Gedanken machen, hier eben Short-Setups zu finden. Wie gesagt, wichtig zu verstehen, wie die Indikatoren funktionieren, wie man sie zusammenführt und wie man dann eben seine Trading-Setups nimmt. Das war es auch schon von heute im Video. Ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen, wie man den MACD verwendet, beziehungsweise wie er zustande kommt. Ich sage natürlich vielen Dank fürs Reinschauen, vielen, vielen Dank für euren Support. Ah ja, wie gesagt, ich würde mich sehr, sehr freuen, Leute, wenn ihr ein Like da lasst, ein Kommentar schreibt oder den YouTube-Kanal abonniert. Und dann sehen wir uns bald im nächsten Video. Ciao.